ja er leute was geht wir sind wieder am start und zwar mit 3 im länden wir fächten er gemerkt habt und das feiern wir natürlich und zwar einen kleinen special was uns ausgedacht haben und er es wird ein event sein was wir veranstalten und in dem event wird werdet ihr also unsere abonnenten mit einbezogen ihr könnt also aktiv wird machen und zwar ist es so ein kleines battle so ein turnier sozusagen wo ihr halt erst gegeneinander und dann am ende auch gegen uns spielt in einem anderen video werden das freitag nochmal richtig erläutern was genau machen genau und ja das ist quasi so unser kindes special für die dreißigungen vielen dank dafür und ja wenn ihr interessiert daran seid mitzumachen schreibt einfach euren Prozent ihr so Benutzernamen in die kommentare oder halten haben wenn ihr einen absteigt dass wir vielleicht gleich nochmal genau wie machen also wo wir alles sprechen nochmal genau genau oder ich habe uns eine einfach eine pn wenn ihr Fragen und irgendwas habt ja wir freuen uns schon auf eure Teilnahme und bedanken uns für die danke für die alles für die dreißigungen das ist mega nice von euch und dann haut rein Leute bis zum nächsten mal tschö tschö